vorlesen und die Kinder dürfen natürlich jetzt alle in den Kindergottesdienst gehen. Den Predigtext finden wir in Hiob 16, 19 bis 22. Siehe, auch jetzt ist mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Meine Freunde verspotten mich, unter Tränen blickt mein Auge zu Gott auf, dass er Recht verschaffe, dem Mann bei Gott, dem Menschen vor seinem Freund. Denn nur wenige Jahre noch und ich gehe den Weg, den ich nicht wiederkommen werde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und wir wollen zu Beginn dieser Predigt noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Adventsgemeinde hier in Hannover vor Ort und auch alle, die über den Livestream uns mit angeschlossen sind. Und die Woche vor dem Advent, aus der wir jetzt herauskommen, aus der wir herauskommen, um wieder Kraft zu tanken in Gottes Wort, diese Woche hat uns ganze Pakete von Last aufgeladen. Und darum sind wir immer noch gut aufgehoben, wenn wir nach Gottes Perspektive für unsere Situation suchen, sind wir immer noch gut aufgehoben hier im Buch Hiob. Und zwar heute genau mit den Versen aus Kapitel 16, die wir eben schon alle gehört haben. Wer eine Verantwortung für dieses Land spürt und für unsere Zeitgenossen und das sollte für Christen normal sein, dass wir eine Verantwortung wahrnehmen für unser Land, für unsere Zeitgenossen, für unsere Gesellschaft, der hat in den letzten Tagen diese schwierigen Entwicklungen wahrgenommen. Adventsstimmung ist in diesem Jahr bei vielen nicht von unbeschwerter vorweihnachtlicher Idylle geprägt, wie das in vielen anderen Jahren war, wenn das natürlich auch bei manchen oberflächlich und vordergründig war, nicht bei allen. Aber in diesem Jahr spüren wir diese angespannte Sorge bei vielen und auch eine ernste Unruhe. Und plötzlich passt die Hiob-Stimmung mitten hinein in diese Adventszeit. Was man in früheren Jahren nicht als so naheliegend wahrgenommen und empfunden hätte. Also Hiobs Leiden ist ja einerseits sehr persönlich. Es war sein eigener Besitz, den er verloren hat. Es waren seine eigenen Kinder, die ihm weggestorben sind. Es war seine eigene Frau, die ihn verlassen hat zwischenzeitlich. Aber die damit aufgeworfenen Fragen reichen ja viel, viel weiter. Warum scheint sich in dieser Welt oft das Böse zu behaupten? Warum scheint sich die Ungerechtigkeit durchzusetzen? Warum scheint die Verhöhnung von Gottes Schöpfungsordnung solche Triumphe zu feiern? Und Sie wissen, ich spreche von diesem Koalitionsvertrag, der in dieser Woche verabschiedet worden ist. Und von dem Hedwig von Bewerförde, die Sprecherin des Aktionsbündnisses für Familie und Ehe, gesagt hat, das Motto, das man über diesen Vertrag schreiben könnte, lautet, schafft die Familie endlich ab. Ein zentraler Punkt wird sein, die sogenannte Modernisierung des Familienrechts, ungeachtet biologischer Tatsachen und ungeachtet wichtiger entwicklungspsychologischer Voraussetzungen für das gesunde Aufwachsen eines Kindes, sollen durch die Ausweitung des Sorgerechts künftig bis zu vier Erwachsene als Eltern für ein Kind gelten können. Und, so heißt es dort, wird ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren, würden dem Willen der Koalition nach beide Frauen automatisch die rechtlichen Mütter des Kindes sein. Und wird man das konsequent zu Ende denken, dann löst natürlich diese willkürliche Aufblähung des Familienbegriffs im Recht die natürliche Familienstruktur von Vater und Mutter und Kindern auf. Also de facto, wenn sich das durchsetzt, wird die Familie nach biebischem Verständnis abgeschafft. Abtreibung soll künftig kostenfrei möglich sein, Werbung für Abtreibung erlaubt sein, während man Aufklärungsarbeit vor Abtreibungspraxen verbieten will. Und selbst das Verbot von Eizellenspende und Leihmutterschaft stehen jetzt zur Disposition. Hedwig von Bewerförde sagt, die Ampel hat das Kriegsbeil ausgegraben und der Familie und dem Lebensschutz den ultimativen Kampf angesagt. In der Woche vor Advent. Und dann die zweite dunkle Wolke über diesem Adventsbeginn. Der Staat schickt sich an, ein weiteres Fenster unserer Freiheit zu schließen, indem er Menschen unter Druck setzt, sich selbst und möglichst auch noch ihre minderjährigen Kinder einer medizinischen Maßnahme zu unterziehen, die unter Fachleuten höchst umstritten ist, eben weil das Nebenwirkungsprofil dieses gentherapeutischen Eingriffs alle bisherigen Impfungen weit in den Schatten stellt. Selbst die WHO spricht inzwischen von mehr als 2,4 Millionen Fällen unerwünscht der Nebenwirkungen. Und trotzdem wird bestimmten Berufsgruppen der Verlust ihres Arbeitsplatzes angedroht, sollten sie sich nicht beugen, selbst wenn Familien dranhängen. Und darüber hinaus werden die Gewissen von Millionen von Menschen gebeugt oder sollen gebeugt werden, indem Politiker und Medien ihnen unterstellen, sie würden durch ihre verweigerte Unterwerfung unter das Impfregime, sie würden die Gesundheitsversorgung des Landes gefährden. Dabei beweisen die vorliegenden Zahlen auch des RKI, dass es wahrheitswidrig ist, dass es einfach wahrheitswidrig ist, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Aus den letzten Zahlen vom Wochenende jetzt des RKI nur drei Aspekte, einfach damit wir das hier nochmal uns in Erinnerung gerufen haben. Zum einen fällt auf, dass der Anteil der Patienten, deren Impfstatus nicht erfasst wird, im aktuellen Bericht des RKI bei 59 Prozent liegt. Bei 59 Prozent ist der Impfstatus nicht erfasst. Und man erzählt uns ständig, man wisse über die Mengenverhältnisse in den Krankenhäusern Bescheid. Dann zweite Zahl, bezieht sich auf die Altersgruppe 60 plus. Altersgruppe 60 plus. Und da ist der Anteil der Covid-19-Fälle, die hospitalisiert sind, also der Anteil derer, die wegen Covid-19 im Krankenhaus liegen, mit Impfdurchbrüchen betrifft bereits 56 Prozent. Und noch eine letzte Zahl, die auch diese Gruppe der Ü60, also der über 60-Jährigen betrifft. Wenn wir das jetzt noch weiterfassen und nicht nur die hospitalisierten Fälle nehmen, sondern alle notierten Covid-Fälle, dann beträgt bei den über 60-Jährigen der Anteil der Impfdurchbrüche bereits 71,4 Prozent. So viel zur Pandemie der Ungeimpften. Und inzwischen gibt es aber auch manche Versuche und Ideen, den Betroffenen, den Bedrohten zu helfen, die etwa mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen. Und wir werden über unsere Homepage auch weiter darüber informieren. Und wir werden auch nicht aufgeben. Was für ein Advent 2021. Und bei manchem kommen dann noch ganz persönliche Nöte dazu, die sich darüber lagern. Und insofern fügt Hiob sich nahtlos ein in die Reihe der Bedrängten und Wundgescheuerten, denen bewusst ist, dass die Hilfe nur aus einer einzigen Richtung kommen kann, nämlich von oben, weil alle menschlichen Hilfsmittel irgendwann ausgereizt sind. Und sie warten auf diese Hilfe von oben. Und das ist das klassische Thema im Advent. Erwartung. Sie wissen, Advent heißt Ankunft, Adventus. Und wenn wir von einer Ankunft wissen und uns auf eine Ankunft einstellen, dann bewirkt das, dann erzeugt das Erwartung auf den, der da kommt. Psalm 24. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wir warten auf sein Kommen. Und in Jesaja 60, in Jesaja 60, Vers 1, haben wir das auch gehört und es eben in unserer Schriftlesung schon zugerufen bekommen. Mache dich auf, wer der Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ja, unser Herr kommt. Und darauf warten wir. Aber dieses Warten ist umkämpft. Und auch davon weiß Jeremia zu reden, dass er wartet und die Zeichen der Ankunft noch so fern scheinen. Er sagt in Jesaja 64, wir sind geworden, wir solche, über die du niemals geherrscht hast. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführst. Ach, dass du den Himmel zerreißen würdest und wir die Decke beiseite schieben können und dich endlich, endlich sehen. Und auch unser Text aus Hiob 16 kreist um diesen verzweifelten Wunsch, dass doch Gott endlich erkennbar werden möge. Hiob 16, Vers 20. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen zu Gott. Durch die Tränendecke hindurch gewissermaßen. Und Hiob sagt es dann ganz ähnlich, wenige Kapitel danach, in Hiob 23, Vers 3. Oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände. Dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. Oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände. Und deshalb haben wir als Motto, als Thema für diese Predigt heute Morgen gewählt, das Motto Warten auf Godot. Warten auf Godot. Und das französische Wort Godot steht natürlich für Gott, aber es ist ein ungewöhnliches Wort. Es ist der Titel eines Theaterstücks von Samuel Beckett aus dem Jahr 1953. An einer Landstraße warten zwei Männer auf Godot. Und Godot lässt durch einen Jungen bestellen, dass er morgen komme, aber er kommt nicht. Und im zweiten Akt wiederholt sich dieser Vorgang. Godot lässt ankündigen, dass er morgen komme, aber er bleibt aus. Und es ist literarisch, gilt es halt ziemlich sicher, dass Beckett mit diesem Wort Godot, das englische Wort Gott, für Gott also, mit der französischen Verkleinerungsform verbunden hat. Godot. Eigentlich so etwas wie, ja, der kleine Gott. Der kleine Gott, auf den der Mensch in seiner Verzweiflung irgendwie hofft, aber nicht mal der kleine Gott kommt. Die ganze Szene bei Beckett ist absurd. Es geschieht eigentlich nichts. Kein Lichtstreif. Irgendwo warten auf Godot. Beckett wird in der Philosophie den Existenzialisten zugerechnet. Also denen, die sagen, es gibt keinen objektiven, keinen wirklich greifbaren, keinen wirklich benennbaren, verlässlichen Sinn in diesem Leben. Kein Lichtstreif. Irgendwo. Nein, nirgendwo. Und trotzdem zeigt auch dieses existenzialistische Theaterstück, dass der Mensch von seiner Bezogenheit auf Gott nicht loskommt. Er kann diese Sehnsucht nicht abschütteln. Und das war ein führender Existenzialist. Martin Heidegger, der in den 60er Jahren in einem Interview mit dem Spiegel sagte, und dieses Interview wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht, so hatte er das gewollt. Da sagt Heidegger, die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken können. Und das gilt nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichem Sinnen und Trachten. Und dann fügt Heidegger diesen berühmt gewordenen Satz hinzu, nur noch ein Gott kann uns retten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Uns bleibt die einzige Möglichkeit, im Denken und im Dichten eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang. Also wir können nur uns darauf vorbereiten, entweder, dass dieser Gott irgendwann erscheinen möge oder dass er abwesend bleibt und das ist dann unser Untergang. Nur ein Gott kann uns retten, Heidegger, aber wird er es tun oder hoffen wir vergebens? Und mitten in diese Not hinein strahlt nun der Advent. Der Advent mit seiner wuchtigen, vor Freude überbordenden Botschaft. Der Advent mit seinen opulenten Liedern und Farben. Der Advent, in dem Gott uns zuruft, ihr könnt sicher sein, er kommt. Nein, nicht Godot, nicht dieses Göttchen von Beckett, sondern der starke Gott. Freue dich Welt, dein König naht. Und das sagt unser Wochenspruch heute mit voller Kraft und Freude. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir und nicht irgendein Godot. Und das ruft Gott denen zu, die nur noch kleinlaut zu hoffen wagen. Werft die Flinte nicht ins Korn. Siehe, dein König kommt zu dir. Und das ruft er auch denen zu, die seine Existenz stolz in Abrede stellen oder die ihn zu einem Göttchen degradieren wollen. Freut euch nicht zu früh, siehe, der König, er kommt. Und wir als Gemeinde, wir als Gemeinde haben in dieser Zeit eine besondere Verantwortung, als Buten des Königs, sein Kommen anzukündigen und die Verzweifelten zu trösten. Das ist unsere Verantwortung. Wir kennen den König. Wir vertrauen und kennen seine Botschaft. Und wir haben sein Kommen anzukündigen, um die Verzweifelten zu trösten. Und dabei nähert sich unsere Gewissheit von der Tatsache, dass er bereits einmal gekommen ist. Wie Karl Heim gesagt hat, das unterscheidet den christlichen Glauben von allen Religionen. Wir blicken zurück auf eine Tatsache. Wir blicken zurück auf dieses geschehene Ereignis, dass der lebendige Gott real gekommen ist. Dass er seine Macht in dieser Welt bereits bewiesen hat. Dass er den Tod bereits überwunden hat. Dass er all die Wunder bereits getan hat und dass er dafür gesorgt hat. Dass wir das in zuverlässigen Dokumenten auch überliefert bekommen. Und deswegen, weil wir auf diese Tatsache zurückblicken, vertrauen wir uns so fester dem, was er versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Und dass er auch uns ganz persönlich niemals vergessen und aus dem Blick verlieren wird, wenn der Jesus das noch vor seiner Auferstehung gesagt hat in Johannes 14. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen, Vers 2. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Das ist der wiederkommende Herr, auf den wir warten und dem wir vertrauen. Mit gutem Grund. Und das bleibt auch dann wahr, wenn uns dunkle Wolken bedrohen. Und darum ist Hiob für diese Zeit so wichtig. Weil wir an Hiob sehen können, woran sich sein Glaube geklammert hat und wie sein Glaube am Ende durchgekommen ist. Und wohl auch deshalb hat Gott den Hiob, den er so geliebt hat, das alles durchmachen lassen. Wahrscheinlich auch für uns. Hat er ihn das alles durchmachen lassen, diese persönlichen Verluste, materiell und vor allem menschlich. Und dann obendrauf noch die Gemeinheit seiner Frau und seiner Freunde. Und je näher mir jemand steht, umso tiefer kann er mich verletzen. Und deshalb dieser gequälte Ausruf hier in Hiob 16, Vers 20. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Und in Kapitel 16, Vers 2 hat Hiob seinen sogenannten Freunden schon gesagt, ihr seid allesamt leidige Tröster. Ihr seid leidige Tröster. Wer auf euren Trost angewiesen ist, der kann jetzt schon aufgeben. Steve Lawson überschreibt seinen Hiob-Kommentar zu Kapitel 16 mit dem Satz, wenn du wissen willst, wer deine Freunde sind, dann mach einen Fehler. Wenn du wissen willst, wer deine Freunde sind, dann mach einen Fehler. Und nun, Hiob hat in dem Fall ja nicht mal einen Fehler gemacht. Es hatte nur in den Augen seiner Freunde diesen Anschein, dass er einen Fehler gemacht hat, weil sie ja an ihrem Dogma festhielten, das wir neulich schon beschrieben hatten, an diesem Dogma des Tunergehens-Zusammenhangs, an diesem Dogma, das besagte Leid ist immer Vergeltung für Schuld. Unschuldige und Aufricht, die haben kein Leid. Also Rückschlussverfahren, Hiob, wenn du leidest, da muss einiges sein. Nun leg das endlich auf den Tisch, gib es auch endlich zu. In ihren Augen war Hiob ein moralischer Versager. Und von einem moralischen Versager setzt man sich ab. Und das machten sie, nachdem er in Kapitel 2 schon seine Frau im Stich gelassen hatte und gesagt, bring dich doch um, hör doch auf mit deinem Leben. Es lohnt sich nicht mehr. Setzen Sie sich von ihm auch noch ab. Mit großspurigen Worten. Und dazu ein profaner Vergleich. Pepper Rogers war der Chefcoach des Football-Teams der UCLA, also der University of California, Los Angeles. Und als Pepper Rogers mit seinem Team durch eine extrem erfolglose Saison sich quälte, da fielen nicht nur die Medien über ihn her, sondern die Vereinigung der ehemaligen Studenten, also diese Alumni, forderten seine Entlassung. Frühere Freunde setzten sich ab, wollten öffentlich nicht mehr mit ihm gesehen werden. Woche für Woche hagelte es, es nur noch Niederlagen, sodass es sogar seiner Frau zu viel wurde und nicht mal mehr sie ihn wirklich unterstützte und auch sich langsam absetzte. Und entnervt klagte Pepper Rogers ihr dann eines Tages sein Leid seiner Frau und er sagte, mein Hund ist mein bester Freund. Aber ein Mann braucht noch mindestens zwei Freunde. Und ihre Antwort lautete, dann kauft ihr eben noch einen Hund. Bei Hiob, so ähnlich mag es ihm gegangen sein, bei Hiob war kein Raum mehr für Humor. Und es ging nicht um eine unwichtige Football-Saison oder einen Trainerjob, sondern für ihn ging es inzwischen um alles oder nichts. Es ging für ihn um seine gesamte Existenz. Und als die vermeintlichen Freunde sich dann als eiskalte Moralapostler weisen, stürzen sie ihn in nur noch tiefere Verzweiflung hinein. Und jetzt hat er niemanden mehr. Wirklich niemanden. Aber ein Gutes hat ihr Versagen. In dieser Lage begreift nämlich Hiob eine lebensrettende Wahrheit. Er begreift, wenn ich hier durchkommen will, dann habe ich nur eine Chance. Vers 19, Kapitel 16, Vers 19, aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürger in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott, dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten. Und das ist das Erste, was wir hier von Hiob lernen können. Der einzige Fluchtpunkt, das ist unser Punkt 1, der einzige Fluchtpunkt, ist es, den Hiob hier beschreibt. Aber auch jetzt noch, siehe, mein Zeuge ist im Himmel und mein Bürger ist in der Höhe. Und wir müssen verstehen, wie radikal diese Aussage ist. Hiob sagt nicht, jetzt hilft nur noch Gott, so nach dem Motto, die Frau hat mich verlassen, die Freunde haben mir den Rücken gekehrt, versuch's doch mal mit Gott. Sondern es ist viel radikaler. In dem Moment ist Hiob klar, Gott ist nicht nur eine Fluchtmöglichkeit unter vielen, sondern er ist mein einziger Fluchtpunkt. Hiob bricht alle Brücken hinter sich ab. Und wie radikal das ist, das wird noch klarer, wenn wir uns den Zusammenhang in Kapitel 16 anschauen. Hiob weiß nämlich genau, das ist derselbe Gott, der in ihnen diese Situation gebracht hat, an den er sich hier wendet. Hiob kennt die Souveränität Gottes. Und darum macht Hiob auch für sein Leiden nicht unglückliche Umstände oder Zufälle verantwortlich, die Gott jetzt in seiner Güte irgendwie reparieren soll, sondern er weiß, das Leiden kommt von Gott. Er ist für mein Dilemma verantwortlich. Das hat er ja schon in Kapitel 1 gesagt, Vers 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Er sagt nicht, der Herr hat's gegeben und der Teufel hat's genommen, sondern der Herr hat's gegeben, er ist verantwortlich. Und in Kapitel 2, Vers 10 hat er zu seiner Frau gesagt, wir haben das Gute aus Gottes Hand genommen, sollen wir nicht auch das Schlechte aus Gottes Hand nehmen. Auch das kommt aus Gottes Hand, das weiß er. Und von Kapitel 4 bis Kapitel 25 treten dann diese drei Freunde auf, Eliphaz, Bildaz, Zophar, die Hiob dann in längeren Reden erklären wollen, dass er in seinem Elend ja selber schuld sei. Denn jedes Leid ist ja in ihrem Weltbild Vergeltung für eine bestimmte Schuld. Und Hiob wehrt sich dann jeweils nach bestem Wissen und Gewissen, weil er nicht heucheln will und weil ihm keine konkrete Schuld bewusst ist. So auch hier in Kapitel 16. Das Kapitel 16 geht damit los. Lesen Sie sich das nochmal bitte in Ruhe zu Hause durch, dass Hiob sich in den ersten sechs Versen mit seinen Freunden auseinandersetzt und sagt, ihr seid leitige Tröster. Wann haben eure geistreichen Worte endlich mein Ende? Ich wollte euch mit meinem Mund stärken und mit dem Trost meiner Lippen und Schmerz lindern, wenn ich an eurer Stelle wäre. Ihr macht genau das Gegenteil. Und dann passen Sie auf, was passiert. Ab Vers 7 dreht Hiob sich gewissermaßen zu Gott um. Und er sagt dann folgendes, Vers 7, doch jetzt hat er mich erschöpft, Gott. Und dann geht er in die zweite Person über und spricht Gott direkt an, du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet. Und du hast mich zusammen schrumpfen lassen. Zum Zeugen gegen mich ist das geworden. Ja klar, weil meine Freunde es gegen mich auslegen. Auch mein Hinsiechen tritt gegen mich auf. Es zeugt mir ins Angesicht. Und dann redet er wieder in der dritten Person über Gott. Sein Zorn hat mich zerrissen und verfolgt. Er knirscht mit den Zähnen gegen mich. Mein Feind blickt mich mit scharfem Auge an. Ich erlebe Gott wie ein Feind, sagt er. Und sie, meine Gegner, meine Freunde, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt und der Hohenreden schlagen sie mich ins Gesicht. Sie rotten sich gegen mich zusammen. Aber Gott hat mich dem ungerechten Preis gegeben. und in die Hände der Gottlosen ausgeliefert. Sorglos war ich. Da hat er mich überfallen. Er hat mich beim Nacken ergriffen und zerschmettert und hat mich als seine Zielscheibe dargestellt. Seine Geschoss umschwirrten mich. Er durchbohrte meine Nieren. Ohne Erbarmen meine Galle schüttete er auf die Erde aus. Er zerbrach mich. Er riss mir eine Bresche nach der anderen. Er lief gegen mich an wie ein Krieger. Das kommt von Gott. Und doch weiß Hiob, dieser Gott, der für meine Situation verantwortlich ist, nicht der Teufel. Von dem Teufel ist in den ganzen weiteren Kapiteln keine Rede mehr. So wichtig ist er nicht. So stark ist er nicht. Und genau dieser Gott ist die einzige Instanz, die einzige Zuflucht, von der Hiob jetzt Hilfe herafft. Verstehen Sie diese Dramatik? Und er sagt es hier, mein einziger Zeuge ist im Himmel. Da steht das hebräische Wort Edi, mein einziger Entlastungszeuge, der gut für mich spricht. Und Hiob meint das so, mein Entlastungszeuge, der meine Unschuld bestätigt. Und dann weiter, mein einziger Bürge ist in der Höhe. Da steht eigentlich ein aramäisches Wort, Sahadi. Sie wissen ja, aramäisch und hebräisch sind ganz eng miteinander verwandt. Mein einziger Sahadi, mein einziger Bürge ist in der Höhe. Sahadi, mein Fürsprecher, mein Verteidiger, der, der seine Hand für mich ins Feuer legt, der ist in der Höhe. Und daraus folgt, der Einzige, der mich gegen Gottes Urteil verteidigen kann, ist Gott. Gott, Gott selbst. Und darum fährt dann Hiob auch fort in Kapitel 17, Vers 3, dass er sagt, setze doch einen ein, verbürge dich selbst für mich. Man kann auch übersetzen, sei du selbst mein Bürger bei dir. Einziger Fluchtpunkt, bist du Gott. Es nützt mir nichts, wenn ich vor Menschen gerechtfertigt werde. Es nützt mir nichts. Nein, vor Gott muss die Sache in Ordnung kommen. Und dagegen, wie Elifas Bildert und Zofa am Ende über mich denken, das ist so unwichtig, als ob ein Sakrais in China umfällt. Vor Gott. Der einzige Fluchtpunkt, zu dem ich mich vor Gott flüchten kann, ist Gott. Der jüdische Theologe Shalom Ben-Kurin hat diese Spannung, diese Dialektik, von Gott zu Gott flüchten, vor Gott zu Gott flüchten, in einem Gedicht beschrieben. Und suchst du meine Sünde, flieh ich vor dir zu dir. Ursprung, in den ich münde, du fern und nah bei mir. Wie ich mich wend und drehe, gehe ich von dir zu dir. Die Ferne und die Nähe sind aufgelöset hier. Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine Ruhm. Gericht und Gnad, die beiden, bist du und immer du. Das erlebt Hiob hier. Aber, dieser gerade, dieser einzige Fluchtpunkt, der scheint Hiob manchmal verdeckt, verstellt. Mein Auge blickt unter Tränen zu Gott. Ich kann ihn durch den Schleier meiner Tränen kaum erkennen. Und in Kapitel 3 wird er das wiederholen. In Kapitel 23, Entschuldigung. Die beiden Kapitel sind sehr parallel. Da sagt er in Vers 3, Oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände. Und dann weiter in 23, 8. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wenn ich mich nach Westen wende, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbürgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Wo bist du? Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführst. Ach, dass der Schleier, der Tränen und der Wolken endlich aufreißt. Und doch bestätigt Gottes Wort, Hiob macht es richtig. Hiob sucht an der richtigen Stelle. Ja, Gott ist der einzige Fluchtpunkt, den wir haben. Und Psalm 46 beschreibt Gott als diese Sturmburg. Daraus hat dann Martin Luther wahrscheinlich auch die entscheidende Anregung gewonnen für sein Lied, Dein feste Burg ist unser Gott. Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht. Und dann beschreibt der Psalm das, wenn die Erde umgekehrt würde und die Berge ins Meer senken und die Wasser wüteten und schäumten und die Berge erzitterten vor seinem Ungestüm. Aber Gott ist da. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, hat Luther übersetzt. Mit ihren Brünnlein, da die Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist meine Zuflucht. Und der Jesus hat sich verglichen mit einer Henne, die unter ihre Fittiche, die versprengten Küklein ruft und sagt, kommt her, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Einzige Fluchtpunkt. Am Ende des Buches wird Gott Hiobs Weg bestätigen. Nur, an einem Punkt ist Hiob noch auf dem Holzweg. Und das ist zweitens der entscheidende Schwachpunkt. Zweitens der entscheidende Schwachpunkt. Und das ist Vers 17. Vers 17. Da betont Hiob seine Unschuld. Da sagt er, dass alles passiert, obwohl kein Unrecht in meinen Händen klebt und mein Gebet lauter ist. Und dann erwartet er gewissermaßen seine Rehabilitierung. Oh Erde, decke mein Blut nicht zu und mein Geschrei komme noch nicht zur Ruhe. Also nach dem Motto, die Akte ist noch nicht geschlossen. Die Akte Hiob ist noch nicht geschlossen. Der Freispruch steht noch aus. Und dann weiter in Vers 21 sagt er, was erwartet er, dass Gott, dass er dem Mann Recht schaffe vor Gott? Verstehen Sie? Hiob sagt, Gott wird mir Recht schaffen vor sich selbst. Gott wird mich rehabilitieren. Ich weiß zwar nicht, warum das zur Zeit so undurchsichtig läuft, aber Gott wird mich rehabilitieren. Und wir sehen hier, was Hiob erwartet. Hiob erwartet, dass Gott seine Rechtschaffenheit bestätigen wird. Das erwartet er. Dass Gott seine Rechenschaft bestätigen wird und Gott wird am Ende zugeben, Gott wird mir am Ende zugestehen, dass ich ihm doch im Recht war und dass ich einen Anspruch auf Rehabilitierung habe. So erwartet er das Vorgehen des Bürgen. Obwohl Hiob natürlich nicht behauptet, dass er sündlos sei. Das macht er schon deutlicher. Ja, wir sind alle Sünder. Hiob 9, Vers 2 zum Beispiel. Da sagt er wahrhaftig, ich weiß, dass er sich so verhält und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Klar, wir sind alle Sünder. Das sagen die Leute schnell. Oder Hiob 14, Vers 4. Wie könnte ein Reiner von einem Unreinen kommen, nicht ein Einziger? Wir sind Unrein vor Gott, wir sind Sünder, ganz klar. Das gibt er schon zu. Das ist nicht der Punkt. Aber, und daran ist er uns so ähnlich, er geht davon aus, dass seine Rechtschaffenheit seine Sünde irgendwie ausgleicht. Verstehen Sie? Hiob argumentiert, als hätte er eine Waagschale vor Augen. Hier meine Sünde und dort meine Rechtschaffenheit. Und meine Rechtschaffenheit wiegt schwer genug, um meine Sünde auszugleichen. Das ist der Ton in diesen Versen. Hiob setzt seine Hoffnung auf seine Moral. Das wird auch im Kapitel 23 nochmal bestätigt. Ich unterstelle ihm das hier nicht. Da sagt Hiob 23, 10. Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Mein Fuß ist seinen Dritten gefolgt. Seinen Weg habe ich bewahrt. Bin nicht davon abgewichen vom Gebot seiner Lippen. Habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrt ich mehr als meine Grundsätze. Bin ein frommer Mann. Und das gleicht die Waagschale aus. So denkt der fromme Mensch. In allen Religionen. So denkt der fromme Mensch. Und hier liegt der entscheidende Schwachpunkt Hiobz. Wie beim reichen Jüngling. Markus 10. Dieser reiche, junge, moralische Mann, der so sich einbildete, hätte das Gebot Gottes doch ziemlich gut erfüllt. Und kann noch ein bisschen drauflegen vielleicht. Aber die Waagschale ist schon ganz gut ausgeglichen. Und da denken Sie an den Pharisäer im Gleichnis von Lukas 18. Der da vorne steht und betet und sagt, Herr, was bin ich dankbar, dass ich so bin, wie ich bin. Und nicht wie dieser Zöllner da hinten in der Ecke. Ich erfülle die Gebote. Ich faste. Ich spende. Und ich stehe hier ganz vorne in der Kirche. Oder Paulus vor seiner Bekehrung. Paulus war vor seiner Bekehrung, lesen Sie Philippa 3, total überzeugt, dass die Waagschale im Lot sei. Und so verlässt sich auch Hiob darauf. Die Basis meiner Rechtfertigung ist meine Rechtschaffenheit. Und das wird mein Bürger erkennen. Und damit habe ich ihm gutes Material für den Prozess gegeben. Und das ist der entscheidende Schwachpunkt bei Hiob. Das ist sein gefährlicher Fehlschluss. Aber hat nicht Gott selbst die Rechtschaffenheit Hiobs bescheinigt? Die Aufrichtigkeit seines Glaubens? Ja, das hat er eindeutig. Das hat Gott sogar gegenüber dem Teufel bescheinigt. Er hat gesagt, keiner ist wie mein Knecht Hiob. Kapitel 1 und Kapitel 2. Er ist fromm. Er meint es ernst. Aber Gott hat nicht gesagt, dass Hiob deshalb in den Himmel kommt. Gott hat nicht gesagt, dass Hiob fromm genug ist, um seine Rechnung vor Gott bezahlen zu können. Du kannst noch so gewissenhaft, du kannst noch so aufrichtig in deinem Glauben sein, aber du wirst nie an den Punkt kommen, wo du deine Rechnung für den Himmel selber bezahlen kannst. Und hier liegt der entscheidende und so gefährliche Schwachpunkt in Hiobs Denken. Und so richtig es ist, dass er sich zu Gott flüchtet, dass es sein einziger Fluchtpunkt ist, so falsch ist es, dass er erwartet, Recht zu bekommen, wegen seiner Rechtschaffenheit. Das ist der Punkt, den sie unbedingt erfassen müssen. Man kann sagen, Hiob geht zur richtigen Stelle, aber er geht zur richtigen Stelle mit der falschen Haltung. Und das machen viele Menschen. Sie stellen sich Gott vor wie ein Christkind, das die guten Kinder zu Weihnachten belohnt. So stellen sich viele Menschen Gott vor. Das Christkind, das die Guten, das die Lieben belohnt. Für ihre Frömmigkeit. Hiob rechnet mit so einem Weihnachten. Und wie anders ist das, wenn ein Mensch im Licht des Evangeliums erkennt, dass er vor Gott nichts zu bringen hat und verloren ist. Wie radikaler Zinzendorf das begriffen, als er erkannte, warum Jesus für seine Schuld sterben musste. Und dann hat er in diesem berühmten Lied geschrieben, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, wie er denn nun vor Gott treten will. Und dann sagt er, und wenn ich durch das Herrnverdienst noch so treu wird in seinem Dienst, also wenn ich noch so fromm würde. Und ich will ja fromm sein. Und wenn ich durch das Herrnverdienst noch so treu wird in seinem Dienst, gewönne den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut noch fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Hier kommt ein Sünder angeschlichen, angehumpelt, und ich brauche das Lösegeld, das Christus am Kreuz für mich bezahlt hat. Das ist Zinzendorf und da ist Hiob noch nicht angekommen, hier in Kapitel 16. Aber er ist auf dem Weg dorthin. Er ist auf dem Weg dorthin und das sehen wir an dem letzten, an dem letzten kostbaren Fundstück, das sich in diesem Text verbirgt. Und wir schauen noch einmal auf Vers 19, 16 Vers 19, aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe. Und Vers 3 von Kapitel 17 setze doch einen ein, verbürge dich selbst für mich oder sei du selbst mein Bürge bei dir. Und dann der Zusatz, wer sollte sonst als Bürger in meine Hand einschlagen. Das dritte und letzte ist der erlösende Wendepunkt. Erstens der einzige Fluchtpunkt, zweitens der entscheidende Schwachpunkt und zum Schluss der erlösende Wendepunkt. Und bei Hiob bricht sich allmählich, das geht langsam, aber es bricht sich allmählich folgende Einsichtbahn. Ich brauche einen Bürgen. Ich brauche jemanden, der für mich eintritt. Ich brauche einen Sahadi, einen Fürsprecher. Ich brauche einen Verteidiger. Ich brauche einen, der seine Hand für mich ins Feuer legt. Das ist das eine, was er hier sieht. Und das andere, kein Mensch kann das leisten. Dieser Bürger muss von Gottes Seite kommen. Auch das begreift Hiob. Überlegen Sie, Hiob gehört zu den frühesten Büchern der Bibel mit wahrscheinlich. Und schon da ist das so klar, dass er sagt, mein Zeuge ist im Himmel und mein Bürger ist in der Höhe. Und Vers 17, Kapitel 17, 3 verbürge du selbst dich für mich. Er kapiert das. Ich brauche einen Bürgen und dieser Bürger muss von göttlicher Seite kommen. Es reicht kein Mensch. Es reicht kein Mensch. Kein anderer kann mich erfolgreich vertreten. Und dann dieses wunderbare Bild, das können Sie sich vorstellen in Kapitel 17, 3 Wer sonst sollte in meine Hand einschlagen? Da geht es um ein Versprechen. Wenn wir mit Handschlag etwas besiegeln. Wer sonst könnte mir das versprechen, dass Gott mir gut ist? Das ist gemeint. Wer sonst könnte mir die Gewissheit geben, dass Gott mich annimmt? Wer sonst sollte in meine Hand einschlagen? Wer sonst könnte mir diese Gewissheit geben, damit ich ruhig schlafen kann als Gott allein? Und dieser Bürger kann am Ende nur Gott selbst sein. Nur Gott selbst kann mich vor der höchsten Instanz für gerecht erklären. Nur Gott selbst kann mich freisprechen vor seiner eigenen Instanz. Aber dieser Bürger erfüllt seine Aufgabe nicht dadurch, dass er meine Unschuld bezeugt, wie Hiob das ursprünglich erwartet hatte. Das hat er erwartet. Sondern, dass er meine Schuld übernimmt. Gott wird mein Fürsprecher nicht dadurch, dass er mir bescheinigt, Hiob, du bist okay. Du bist gut genug. Nicht dadurch wird er mein Fürsprecher, sondern dadurch, dass er mir verspricht, ich komme selbst für alle deine Schulden auf. Ich bezahle an deiner Stelle. Schauen Sie, darum hat Gott das Advent werden lassen, weil er ganz auf unsere Seite treten wollte. Weil er wirklich unser Bürger werden wollte, der unsere Schuld übernimmt. Weil er ganz zu uns kommen wollte, um uns unsere Sünde sozusagen eigenhändig aus den Händen zu nehmen. Darum ist er gekommen. Und sie dann ans Kreuz zu tragen. Er hat sie sich gewissermaßen von mir aushändigen lassen. Und dann hat er sie an das Kreuz genommen. Und dann hat er dort dafür bezahlt und die Strafe getragen und für Gerechtigkeit gesorgt und alle Schuld gesühnt. Unser und Hiobs Bürger hat so viel mehr getan, als Hiobs sich damals vorstellen konnte. So viel mehr. Und Paulus, oh Paulus, er hat diese harte Arbeit des Bürgen, diese schwere, schmerzvolle Arbeit des Bürgen dann so zusammengefasst. Und ich habe zum ersten Mal den Bezug zwischen Römer 8 Vers 34 und Hiob entdeckt. Da sagt Paulus in Römer 8 Vers 34 in diesem großen Loblied der Gewissheit, wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Mein Bürger ist im Himmel. Mein Bürger ist im Himmel, sagt Paulus auch in Römer 8 Vers 34. Er ist zur Rechten Gottes, er lebt in der Gegenwart seines Vaters, er als der Sohn, als der Gott, der Sohn. Und er vertritt uns. Mein Bürger ist im Himmel. Römer 8 Vers 34. Und darum kann uns jetzt keiner mehr verurteilen. Verstehen Sie, das ist die Schnittstelle zwischen Hiob 16 und Römer 8 Vers 34. Unser Bürger ist im Himmel. Unser Bürger ist in Gottes Gegenwart. Aber, aber, um im Himmel für uns bürgen zu können, musste er erst auf die Erde kommen, um unsere Schuld wegzutragen, die uns für immer vom Himmel ausgeschlossen hätte. Und das macht Paulus auch in diesem Vers deutlich. Wer will verurteilen, Christus ist es, der gestorben ist, aber er vielmehr auch auferweckt ist. Und jetzt ist ja unser Bürger im Himmel. Aber um dieser Bürger im Himmel zu werden, musste es erst Advent werden, musste er auf die Erde kommen für uns, um unsere Schuld wegzutragen, die uns vom Himmel ausgeschlossen hätte. Und schauen Sie, das ist der erlösende Wendepunkt in diesem Text und in Hiobs Leben. Dass Hiob zu begreifen beginnt, es beginnt hier erst, dass er zu begreifen beginnt, ich brauche einen Bürgen, der nicht meine Unschuld feststellt, sondern der gut für mich spricht. Der meine Unschuld erst mal herstellt. Auch wenn Hiob hier noch nicht bis ins Letzte verstehen kann, wie die Arbeit dieses Bürgen aussehen wird. Und schau, das ist der Wendepunkt, das ist auch der erlösende Wendepunkt in deinem Leben. Wenn du zu begreifen beginnst, ich brauche diesen Bürgen. Und ich kann ohne diesen Bürgen niemals vor Gott bestehen. Hast du diesen Schritt getan? Hast du dein Leben einmal so zu Füßen dieses Bürgen gelegt, dass du zugegeben hast, dass du ihn brauchst, nicht damit er deine Unschuld feststellt, sondern dass er dir deine Schuld abnimmt. Das ist der lösende Wendepunkt in deinem Leben. So wie jeder alte Bauer das erlebt hat, der nach dem Ertrag seines Lebens gefragt wurde. Und dieser alte Landwirt hat gesagt, alles was wichtig ist, kann ich in diesen Sätzen zusammenfassen. Ich weiß uns nichts zu sagen, als das ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezäht. Und sie so völlig hingezäht, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäubchen fehlt. Dieser Landwirt, der wusste, was Schulden sind, aber er sagt, egal wie hoch sie gewesen sein mögen, ich weiß nichts anderes zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezäht, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäubchen fehlt. Und so wird Hiob das Gegenmodell zu Samuel Beckett's Warten auf Godot. Selbst wenn der Ton beider Texte am Anfang noch diese Überschneidungen hat. Auch Hiob wartet auf Gottes Eingreifen. Auch Hiob weint sich dabei die Augen aus und er wartet viel leidenschaftlicher als die Protagonisten in Becketts Theaterstück. Die Protagonisten bei Beckett, die sitzen auch an der Landstraße und auf unserem Thumbnail, das das nachempfunden hat, das sie auf dem Video sehen werden. Da sitzen sie nicht auf der Landstraße, sondern sogar auf einer schönen Bank mit Blick auf den See und warten auf Godot. Aber er kommt nicht. Und Hiob sitzt heulend, schmerzverzerrt, auf der Müllkippe und wartet. Aber er wartet nicht vergeblich. Denn sein Gott kommt, unser Gott kommt und schweigt nicht. Und die Wand aus Tränen wird verschwinden. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und im letzten Kapitel, 42 Vers 5, wird Hiob am Ende bekennen, ich hatte von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Noch nicht direkt als Gestalt, aber mein Auge hat dich gesehen, ich verstehe dich jetzt. Ich weiß jetzt viel besser, wer du bist. Ich bin deinem Herzen so nah, aber nun hat mein Auge dich gesehen. und ich muss nicht länger bange warten, weil du längst da bist und weil du einmal sichtbar mich in deine Arme schließen wirst. Schauen Sie, auch wenn Hiob in diesen Schicksalswochen seine vermeintlichen Freunde verloren hat, so hätte doch Gott als Freund gewonnen. Und das ist kein Zufall, darf ich das zum Schluss noch sagen, dass man unseren Vers 20a auch anders übersetzen kann. Das ist ganz selten so in der hebräischen Bibel, dass das möglich ist. Da steht in Vers 20a, 26a, meine Freunde spotten über mich. Und da stehen im Hebräischen nur zwei Wörter. Meine Freunde spotten über mich, das sind im Hebräischen nur zwei Wörter. Und man kann sie auch so übersetzen, mein Freund ist es, der mich vertritt. Mein Freund ist es, der mich vertritt. Und dann bezieht sich das Freund nicht auf die Scheinfreunde von Hiob, sondern dann bezieht sich das auf Gott. Mein Meliza ist es, mein Freund ist es, der mich vertritt. Mein Freund ist mein Verteidiger. Mein Freund ist mein Mittler. Und so hat Mose, 2. Mose 33, Vers 11, das Erfahren, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund. Hiob hat die vermeintlichen Freunde verloren, aber er hat diesen neuen Freund gefunden und seit dem echten Advent, seitdem Jesus wiedergekommen, das erste Mal gekommen ist, dürfen wir wissen, welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet und der Herr Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 15 und das gilt auch uns, ihr seid meine Freunde. Vielleicht befinden Sie sich heute am ersten Advent seelisch in einer ähnlichen Verfassung wie Hiob. Sie warten auf Gott, Sie warten auf sein Eingreifen und Sie verstehen vielleicht den Weg nicht, den er Sie in diesen Tagen gehen lässt. Vielleicht sind Sie von Freunden verlassen worden, vielleicht von einem schweren Leid getroffen, haben einen lieben Menschen verloren. Vielleicht sind Sie von Furcht gepackt vor dem, was kommen mag. Oder Sie wissen einfach nicht mehr, wem Sie noch glauben können. Dann lassen Sie sich doch von Hiobs Fall ermutigen und lassen Sie sich das von Hiobs sagen, von Gott sagen doch Hiobs, es gibt nur einen einzigen Fluchtpunkt und das ist Gott selbst. Und Gott hat versprochen, sie aufzufangen. Jesus hat gesagt, Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Wer in meine Arme springt, ich gehe nicht zur Seite, ich stehe da und ich halte dich fest. Es gibt nur einen einzigen Fluchtpunkt, Gott selbst. Aber bitte hüten Sie sich vor Hiobs Irrtum. Das war sein entscheidender Schwachpunkt, dass er sich einbildete, vor Gott genug auf die Waage zu bringen. Dass Hiob dachte, am Ende wird Gott doch meine Rechenschaft anerkennen müssen. Nein, das wird er nicht. Nein, Hiob, das wird Gott nicht. Gott wird nicht deine Rechtschaffenheit anerkennen. Auch du brauchst den erlösenden Wendepunkt, dass du einsiehst, ich brauche einen Bürgen. Ich brauche einen Fürsprecher, der nur von Gottes Seite kommen kann. Denn mein Bürger, der muss nicht meine Unschuld beweisen, da gibt es nichts zu beweisen, weil ich nicht unschuldig bin vor Gott, sondern er muss meine Schuld übernehmen. Und dann, wenn so ein Bürger kommen muss, dann bleibt nur noch ein einziger Bürger übrig, der das kann. Weil nur er die Strafe für meine Schuld getragen hat. Und darum dürfen wir heute am ersten Advent genau wissen, wohin wir flüchten können. Und glücklich, glücklich ist der, der dieses Lied, sei es mit Zittern und Zagen, mitbeten kann. Ich flieh zum Herrn von Angst gejagt, er ist mein Zufluchtsort, vertraut auf mich, hat er gesagt, Gewissheit schenkt sein Wort. Ich flieh zum Herrn von Schmerz geplagt, er spendet Herzensruhe. Ich kenne Leid, hat er gesagt, und fügt die Freude hinzu. Ich flieh zum Herrn von Not zermürbt, der Grat macht was geknickt, kommt her zu mir, so sanft er wirbt, die Seele wird erquickt. Ich flieh zum Herrn vom Feind gehetzt, bekomme Zuversicht. Der Teufel flieht, besiegt schon jetzt. Er brüllt, doch schadet nicht. Ich flieh zum Herrn von Sünd bedrängt, zur Flucht weist er den Pfad. Ich ruf ihn an, der Hilfe schenkt, Versuchung weicht, der Gnad. Ich flieh zum Herrn von Scham bedrückt, er schützt, wer sich ihm naht, sein Blut für meine Schuld genügt, mein Freund und Advokat, mein Freund und mein Verteidiger, mein Freund und mein Bürger. Ist er dein Freund? Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du das erfüllt hast, worauf Hiob in seiner ganzen Verzweiflung zunächst nicht hoffte und dann hast du ihm doch klar werden lassen, dass er einen Bürgen braucht, Herr. und wir brauchen dich, wir brauchen dich als unseren Bürgen und danken dir, dass du gekommen bist und dass du wiederkommen wirst und dass du jetzt da bist. Wir flüchten uns zu dir, Herr, und wir bergen uns in deine Macht und in deine Stärke und in deine Gnade und in deine Liebe. Du lieber, guter Herr. Amen. Und jetzt hören wir das Lied. Ich fliehe zum Herrn. Amen. Amen.